Howdy Internet, jetzt ist es offiziell. Rockstar Games hat endlich die offiziellen Startzeiten von Red Dead Online bekannt gegeben. Und ja, ihr habt mich gerade richtig verstanden, ich habe Startzeiten gesagt, denn der Launch dieser Beta-Version ist gestaffelt. Das heißt, heute ab 14.30 Uhr dürfen erstmal nur die Leute Red Dead Online spielen, die die Ultimate Edition von Red Dead Redemption 2 gekauft haben. Am 28., also morgen, dürfen all jenige loslegen, die Red Dead Redemption 2 am Releasetag, also dem 26. Oktober, gespielt haben. Am 29., also dem Donnerstag, dürfen dann all diejenigen spielen, die Red Dead Redemption zwischen dem 26. Oktober und dem 29. Oktober gespielt haben. Und dann schließlich am Freitag, dem 30.11., dürfen endlich auch alle rein. Ja, das muss offenbar so kompliziert sein, aber so ist das eben. Red Dead Online ist kein eigenes Spiel, sondern ihr startet das einfach aus dem Hauptmenü von Red Dead Redemption 2 heraus, muss man also auch nichts extra kaufen. Das ist alles Teil des ganzen Red Dead 2-Pakets. Was ihr aber haben müsst, um das spielen zu können, ist auf Xbox, Xbox Live Gold und auf der PlayStation, PlayStation Plus. Alle weiteren Infos zu Red Dead Online lest ihr auf GamePro.de. Kommt eine HD-Neuauflage von The Legend of Zelda Skyward Sword für die Switch. Das deutet momentan zumindest Zelda Mastermind Eiji Aonuma an. Der war nämlich auf einem Zelda-Konzert in Osaka und hat da sich so in Richtung Publikum gedreht und dann gefragt, wir wissen alle, was ihr denkt, Skyward Sword für die Switch, oder? Dieses Zitat haben diverse Besucher des Konzerts direkt danach auf Social Media weiterverbreitet. Mehr Infos dazu gab es nicht und auch eine offizielle Ankündigung von Nintendo sieht normalerweise ganz anders aus. Schon in der Vergangenheit hat Aonuma aber immer mal wieder erwähnt, dass er schon Lust hätte, Skyward Sword nochmal in HD neu zu überholen, aber er hat dann auch immer gesagt, die Ressourcen dafür hat er eigentlich nicht. Das müsste also wenn dann ein anderes Team übernehmen. Das wäre allerdings bei weitem nicht das erste Zelda-Spiel, das in HD nochmal zurückkommt. Und auch schon bei den Vorbereitungen zu Breath of the Wild hat das Team diverse ältere Zelda-Spiele in HD neu aufgelegt, nicht das ganze Spiel, sondern immer nur so einen kurzen Abschnitt, um ein Gefühl für den Look des Spiels zu kriegen. Unter anderem eben auch Abschnitte aus Skyward Sword und Wind Waker und daraus hervorgegangen ist schließlich auch Wind Waker HD. Also da können wir hoffen, dass es eventuell auch ein Skyward Sword HD für die Switch gibt. Es sieht ganz so aus, als stünde der Release von Yakuza Kiwami für den PC auf Steam kurz bevor. Denn dass es einen Steam-Datenbank-Eintrag für das Spiel gibt, das wissen wir schon seit einiger Zeit. In den letzten Tagen ist es aber ganz schön hektisch rund um diesen Datenbank-Eintrag geworden, denn da passieren wohl gerade so die letzten Vorbereitungen, die in der Regel gemacht werden, wenn ein Spiel released wird. Es sind also jetzt die Steam-Achievements hinzugefügt worden und auch die Keys vorbereitet worden, damit man das Spiel dann auch freischalten kann, wenn man es gekauft hat. Eine offizielle Bestätigung oder Ankündigung, wann genau das Spiel erscheinen wird, die gibt es noch nicht. Sieht aber ganz so aus, als würde das noch vor Weihnachten passieren. Yakuza Kiwami ist für die PlayStation 4 schon seit einiger Zeit erhältlich, in Japan schon seit über zwei Jahren, im Westen schon seit über einem Jahr. Noch vor kurzem ist erst der Nachfolger oder das Remake des Nachfolgers Yakuza Kiwami 2 für die PlayStation 4 erschienen. Für den PC hingegen gab's vor kurzem ja erst das hervorragende Prequel Yakuza 0. Das war's heute mit den News, die nächste Folge gibt's morgen. Bis dahin, weiterspielen!